Cheers, mein Name ist Pynex und herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Darktide. Heute habe ich mir mal gedacht, möchte ich mal eine andere Klasse probieren und heute spielen wir den Ogryn Schädelbrecher. Lasst uns keine Zeit verlieren und mit dem guten Mann loslegen. Er ist so wunderschön. Oha, ich bin in eine laufende Runde gekommen. Aber gucken wir mal, wie der Ogryn so performt. Und es ist wieder so eine übelste Nebelrunde hier irgendwie. Was ist das für eine Fernkampfwaffe? Ich habe irgendeine Box. Was ist das für eine Box, die ich hier habe? Kann ich dir einem Gegner einen Kopf werfen? Ich sehe halt nichts. Eine Shotgun mit einem Schuss. Ich habe dem irgendeine Box in den Gesicht geworfen. Der ist gestorben. Was? Warum ist es hier denn so nebelig? Ich sehe gar nichts. Was ist meine F-Fähigkeit? Oh, hier ist ein anderer Ogryn. Komm her. Das kann nur einen geben. Sag ich ja. Mist, Fee. Es ist ganz witzig, dass die Point of View von dem Ogryn wesentlich höher ist. So rein da. Lass mich vor, Jungs. In der Dicke. Ich habe drüber weggehauen, weil ich so groß bin. Oh mein Gott. Ist das gewöhnungsbedürftig? Okay. Ist witzig, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Okay. Und die ist einfach eine fette Wumme. Oh, das runterziehen ist super merkwürdig. Aber das kriegen wir hin. By the way, das ist eine Stufe 2 Mission. Die sollte nicht allzu hart sein, um erstmal reinzukommen. Man soll ja, glaube ich, am Anfang eh Stufe 2 Mission farben wegen seinem Level und so. Dementsprechend gucken wir einfach mal. Geht es hier weiter? Warum ist es hier eigentlich so neblig? Leute, wir müssen da hin weiter, oder? Auf zum Dude! Wir sehen aber auch alle aus wie so ne Gruppe Obdachloser hier, ne? Muss man einfach sagen. Ich bin wahrscheinlich der schlimmste von allen. Wir haben echt nur so einzelne Viecher, die ich verprügeln kann. Kann man durch Fenster wollten, ja. Okay, hier ist ja jetzt noch nicht so viel los, ne? Eine Horde oder so kam noch nicht. Okay, so viel dazu. Einmal durchrennen. Und jetzt einfach prügeln. Nein. Einer wird vom Hund gefressen. Und nämlich in der Mitte durchgeschossen, den Mann. Vorsicht! Was haben wir denn hier noch so? Kommt ihr noch was? Oder war es da schon mit der Horde? Am Schein war es da schon mit der Horde. Hey, sterb doch einfach mal alle. Meine Freunde, die will ich nicht verprügeln. Ich sehe nix. Ich muss ja jetzt Granaten in irgendeiner Form aufheben, weil Granaten nicht regenerieren. Ich war das jetzt voll gewohnt, dass man mit Granaten regenerieren wegen dem Scharfschützen. Aber, das ist ja bei der Klasse hier nicht so. Was ist eigentlich, zerschießen? Nein. Geht's runter? Das habe ich gar nicht gesehen. Es ist aber auch immer vom Ambiente ziemlich, ziemlich nice so, ne? Man hat immer irgendwie so Dunkelheit oder jetzt ist hier krasser Nebel. Hier ist einfach dann alles anders, ne? Man muss einfach komplett anders spielen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe auch einen Knopf gedrückt, Leute. Gott, ein Sniper. Geh weg. Gift Flammenwerfer. So, was muss ich denn hier machen? Ach, hier ist wieder, hier ist so Schlamm. Ja, der Schlamm. Hier ist tot. Dann auf die andere Seite. Oh, nice. Prügeln. Prügeln. Oh. Und das ist doof. Das ist nicht so gut. Prügeln. Kann mir einer helfen. Ich bin hier runtergefallen. Dankeschön. Das ist Explosion von dem. Also Stufe 2 Missionen sind ja noch nicht so spannend, muss man sagen, ne? Kann man nachladen und dann können wir den Dämonenbefall wegmachen. Wo muss ich hinschießen für den Schmoller? Oh, das ist mein Freund in Ruhe. Oh, das ist mein Freund in Ruhe. Meine Point of View macht es nicht besser, weil ich mich da nicht dran gewöhnt habe bisher. Schlag immer über die Gegner drüber. Oh, Gott. Guten Tag, die Herren. Auf Wiedersehen, die Herren. Hier ist wieder Dämonenbefall. Weck den Maschinengeist im Schmelzofen. Hier kam irgendwo eine Granate entgegengeflogen. Ist das nicht sogar schon das Ende von der Mission? Rein da. Ja, auf Stufe 2 kommen echt nicht viele Mobs an, ne? Das Umlaufen ist cool. Dass mein Ogryn sich anhört wie ein Schotte, ist doch extra gut. So, ist jetzt mal gleich Ruhe im Puff. Danke. Warst du schon? Anscheinend. Na, das war ja einfach für unseren Ogryn in der ersten Runde. So, dann können wir sagen, ne? Erster Eindruck, Ogryn sozusagen. Haben wir doch einigermaßen gut gemacht. Aber die Stufe 2 Missionen sind im Vergleich zu den Stufe 3 Missionen echt, echt einfach, ne? Also es kam ja echt nicht viele Mobs in irgendeiner Form an. Wir waren jetzt keinmal irgendwie in Bredouille. Von daher passt das schon. Wir sind direkt auf Level 4 gesprungen mit einer Mission. Wow. Kriegen wir noch ein Geschenk vom Imperator. Wir haben jetzt ein Hackmesser freigeschaltet. Dann noch ein Feinzerreißer Ripper Gun. Und ich möchte gerne was geschenkt bekommen vom Imperator. Haben wir bekommen. Ein Kork Hackmesser. Ja, das hört sich da gut an. Ich hacke gerne mit Messern. Ja, wirklich kurzer Ersteindruck vom Ogryn. Ich werde jetzt mal den auch noch parallel ein bisschen leveln. Und dann schauen wir, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Ob auf dem Ogryn oder auf dem Scharfschützen. Gucken wir mal. Aber ich werde jetzt erstmal, denke ich, die beiden Charaktere ein bisschen leveln weiter. In diesem Sinne. Bis dahin und ciao.